so freunde da sind wir wieder mit den beschwörungen diesmal wirklich wir haben uns die ganzen hellen im letzten video angeguckt und ich weiß gar nicht ist noch hier der der schwarze horgerl dabei dann würde ich den gerne als es ist damit nehmen da war er ja schon na ok gut also die jagd nach den neuen helden wo sind sie wo wir uns die auch angucken werden wir da wieder wie so ein idiot beschwören mhm wo sind sie denn hallo hallo wo seid ihr denn da habe ich im falschen portal ne noch nicht da sind sie ja ok so natürlich mr pangy wäre natürlich schön zum ersten mal wir gucken was haben wir hier für chancen 1,6 prozent oh wow es wird immer mehr hier ok ich würde sagen auf geht's wir versuchen unser glück einfach mal lila können wir nicht gebrauchen das ist sehr schade wie gesagt wir nehmen alle ganz alle kostüme alle neuen helden monatsheld wir sind nicht wählerisch ok aber schon mal unseren ersten weihnachtszent haben wir schon aber ist ja nicht schlimm sehr schön erste hanitra sehr geil ok monatsheld is da wie gesagt da nehme ich auch gerne zwei das problem ist ich habe jetzt peniolite aufsteigen lassen wir haben nicht wir haben keine keine ringe mehr keine pfeile das ist ein bisschen blöd wir müssen erst mal wieder pfeile sammeln aber gut so und jetzt ist es tatsächlich so von den weihnachtszelten haben wir nur krampus das heißt egal welcher weihnachtszelt da jetzt kommt ja das ist sehr gut blau ist ja schon nicht schlecht das wäre dann entweder krampus oder pengi der lila ist gar nicht gut da kann man nur dann auf den monatshelden danach hoffen damit der zug einigermaßen gut ist grün mutter nord rot kann nur der weihnachtsmann sein ne der ist ja auch nicht schlecht also den würde ich ja auch nehmen zusammen mit dem krampus den ich jetzt schon habe sind ja auch die minions wieder stärker ne das ist ja auch so eine so eine sache die die ja mit der familie zwei helden dann hast du 5% mehr leben für die minions und 5% mehr angriff ist ja auch nicht verkehrt aber wir haben noch 50 versuche einer wird doch dabei rumspringen oder mal ganz ehrlich ja priska ich will dich immer noch nicht dich brauche ich immer noch nicht okay habe ich immer noch nicht gelevelt ein jahr im rooster und immer noch nicht gelevelt aber ich habe es dir in die das letzte ja auch schon und davor das ja auch schon probiert mit mutter nord und weihnachtsmann die wollen einfach nicht das ist das problem ich hoffe mal dass es jetzt endlich soweit ist jetzt wo die kostüme rauskommt jetzt ist der perfekte zeitpunkt um sie zu kriegen weil besser werden sie nicht da wird nicht mehr passieren ja eigentlich gar nicht mal so schlecht theoretisch müsste man bei theoretisch müsste man bei bei season 3 auch nicht mehr beschwören weil wenn wir jetzt schon bei kostümen bei season 2 sind da kannst du von ausgehen dass äh spätestens weiß ich nicht in einem dreiviertel jahr oder sowas äh auch die kostüme für season 3 kommen so mit der frequenz die die im moment arbeiten äh weiß man gar nicht soll man jetzt noch hinter einer halbfriege her sein oder nicht oder kriegt sie dann ein kostüm und ist dann richtig geil also noch krasser weiß man ja nicht lohnt es sich da weiter zu beschwören oder doch eher auf die neueren sachen zu fokussieren keine ahnung ach komm bane alter bane bräuchte ich nicht hier ein neuer priska immer wenn lila ist ist immer priska ich meine wir haben ja schon die 1,3 chance warum gibt es denn jetzt nicht diese 1,6 chance komm ja nein nein nicht nochmal frosty haben wir schon haben wir schon vorher haben wir schon gemaxt priska ja oder eher ja einer von den beiden also ich würde tatsächlich sehr sehr gerne in diesem monat mutter nord kriegen ja wenn ich mutter nord kriegen würde dann wäre das ja schon alles dann würde ich wahrscheinlich sogar mit den münzen aufhören aber pass auf jetzt kriege ich es ja video zu ende wäre das auch nicht der der kleine brauche ich denn mal den einen von den großen ja ja blau nein nicht gunnar müssen wir hier wieder diesen trick machen genau wo das überlappt ey guck mal das überlappt gar nicht der geht ja weg was ist er denn feiner der geht weg überlappen die hier da guck mal da ist das das ist der lappen da 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 warte warte ich muss runter gehen da scheiße ich bin jetzt nicht mehr drin ah fuck warte warte ich mach das jetzt das ist jetzt der perfekte oh ne da muss ich hier hin ach da kommt jetzt mr pengi ich arbeite gerade am mr pengi warte ja ja gerade stell dir vor es wäre mutter nord gewesen da hättest du doof geguckt ich auch aber ja nein nicht frosty ich will nicht frosty 30 chancen komm guten Tag was soll ich denn mit dem 0,9 ja 0,9 und 1,3 chance ich will doch diese 1,6 nur ich will doch gar nicht diese niedrigen ich will nur 1,6 chance haben 0,9 nein kannst du zurück haben oberkarn ey also für 65 münzen eine hanitra und ein oberkarn es wäre dann nicht so gut für 65 münzen da ist er der hardrock weihnachtsmann sehr cool ok ok sehr gut ok weihnachtsmann haben wir puh jetzt brauche ich kein rot mehr wenn ich so einen zweiten weihnachtsmann kriege dann war ich nicht na jetzt wenn wir jetzt noch mutter nord kriegen dann bin ich fertig mit weihnachten mr pengi ist mir dann egal vielleicht kriegen wir den nochmal irgendwie wenn wir zwischendurch Münzen erspielen nein nicht rot mach keinen scheiß nicht rot kein rot mehr blau blau und grün nicht rot blau und grün von dem weihnachtsmann können wir auch übrigens äh level ne das ist das geile kein rot blau und grün blau und grün und bitte nicht in den kommentaren spoilern ja ich sehe es immer wieder Leute schreiben dann herzlichen Glückwunsch zu Held XY mhm ist nicht ist nicht so mein Stil ja also vielleicht haltet ihr da in euch und sagt herzlichen Glückwunsch zu den 3-5 Sterne oder sowas keine Ahnung ja das wäre vielleicht ganz ganz nett so komm jetzt nochmal zum Abschluss die letzten 12 ja rot brauche ich nicht mehr rot ist gut nein nicht rot rot ist gut meine ich nicht du sollst mir rot geben sondern rot ist genug ja ach Kirill freulich kannst du mir auch nochmal eine Hanitra geben oder so das wäre auch ganz nett blau ja blau das ist gut na 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 wo ist denn Mr. Pengi wo ist Mutter Nord ich kriege schon lange kein Grün mehr ja blau wieder ist auch gut dieser Frosty in der Kack Frosty kann ich nicht 5 Frostys zu einem Campus upgraden oder sowas ja nein Bane 6 Münzen noch ok na Lila Lila ist ganz doof oh ich habe schon lange kein Bane mehr gekriegt wie wäre es mal mit dem Bane Schlitzer ist wenn ich Grün kriege ist auch fast nur Schlitzer wie Lila hm äh nicht rot nicht rot so komm jetzt noch einmal Mutter Nord und Hanitra Frosty ah ah so letzte Münze ach Lila ah ok ok gut also ähm ist in Ordnung eigentlich eigentlich kann man zufrieden sein wir haben wir haben einen 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 vorgestellten gekriegt wir haben einen Season 1 gekriegt und den Monatshelden ist doch eigentlich ganz ok für 65 Münzen persönlich mein Empfinden ist es ein bisschen wenig ja es hätte theoretisch noch ein Monatshelt mehr sein können oder ein Kostüm hier irgendwie aber gut äh wir wollen da jetzt mal nicht äh zu viel verlangen von diesem Spiel ähm ja warum ich jetzt 67 da stehen habe wenn ich habe nur einen Monatshelden hätten es eigentlich 66 vielleicht war da vorher einer drin ist auch egal aber ihr habt es gesehen das war es erstmal ja also wie gesagt Mutter Nord wäre schon nicht schlecht aber ähm ich muss erstmal gucken was so alles abgeht ja ähm ich will ich will nicht äh da jetzt großartig reinballern wir haben erstmal ja es ist ja nicht so dass wir nichts zu leveln haben oder keine äh oder weiß weiß der Geier was ja ähm wir haben zwei neue Helden gekriegt die wir auch erstmal leveln müssten ähm wir gucken einfach wie der wie der Rest des Monats wird ganz ehrlich also der Plan ist tatsächlich was jetzt die die Weihnachts die saisonale Beschwörung angeht die sind jetzt noch wie lange sind jetzt 30 Tage her logisch ne ähm vielleicht mache ich mal zur Feier des Tages nochmal an meinem Geburtstag hier sowas ansonsten am Ende des Monats ja ähm wie gesagt erstmal gucken was jetzt was jetzt so alles ansteht äh was jetzt so alles kommt äh kommen ja auch wieder äh ein paar schöne Sachen ja Season 4 und äh das das Festival und da will ich erstmal gucken wie sieht das aus ist das auch so also es soll ja so sein dass bei diesem äh Event Festival da dass äh da auch keine Season 1 Helden sind ne muss man alles gucken und äh deswegen wir werden einfach mal sehen das Ding ist ja auch hier dieser wunderschöne Kalender äh der wird uns auch wieder einladen Geld auszugeben hier ist wieder wieder Magpies gekommen ja also nachdem das erste mal ausgelaufen ist kommt direkt das zweite hinterher wie immer eigentlich da werden wir aber auch nichts kaufen und ähm ja gucken Materialien brauche ich nicht Diamanten bräuchte ich theoretisch aber auch hier lohnt nicht ja auch wenn Buddy da so wunderschön herläuft lohnt sich nicht im Moment für mich zumindest äh werden dann einfach sehen wie wie es läuft bei was wir beschwören vielleicht setzen wir auch mal ein Portal aus wieder mal weiß ich weiß ich alles keine Ahnung ja vielleicht mal Season 3 aussitzen äh und dafür dann das was wir da machen würden an Diamanten vielleicht dann für Weihnachten nutzen keine Ahnung ja werden wir sehen gut Freunde dann viel Erfolg bei den Beschwörungen wir sehen uns macht's gut ciao 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 Untertitelung des ZDF, 2020